Hallöchen, willkommen in einer weiteren Folge WLT. Und der nächste Mal wieder mit dem GWT-Genre. Will nicht mehr viel zu GWT-100. Ich muss jetzt auch nicht direkt in die Schussbahn von den Kollegen stellen. Oh, direkt an Nebenstellen könnte genauso ungesund werden. Das war knapp! Ja, nur wo wird er jetzt stehen? Oh, der steht da oben. Ja, auch was getroffen. Ja, ich muss jetzt einfach die Spuren setzen. Ich kann ihn nicht mehr probieren, wenn ich habe. Steig! Ja! 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 Ah, zu kurz, beziehungsweise zu lang geschossen. Ok, nehm ich auch. Gehen wir mal auf die Maus, kann man nicht rennen. Gehen wir mal auf die Maus. Gehen wir mal auf die Maus. Gehen wir mal auf die Maus. Oh. Oh. Gehen wir mal auf die Maus. 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 Wir haben sie Börs erwischt. Fuck. Mensch, lass ihn doch rumfahren. Kannst doch nicht schießen. Ich bin jetzt nicht schießen. Ich bin jetzt nicht schießen. Das muss wehtun. Oh. Warum durfte der jetzt schon wieder nicht treffen? Was war jetzt daran so verwerflich? Was war jetzt? Was war jetzt? so schließen Da steht das scheiß Ding. Lass das! Äh gut man versucht wer hat! Scheiße 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 scheiße! Scheiße... Oh! Oh! And again mark of the pencil. What the fuck? Warum stehen wir hier auf Platz 1? Oder nicht wegen der Gunmark? Hm. Schaut keinen Plan. Ja, leider verloren. Ich muss aber nochmal was gucken mit dem Waffenträger. Den haben wir ja ordentlich getroffen. Ah ja, fast. Ein bisschen kaputt gemacht. Ein bisschen betäubt. Äh, schade. Gut, ähm, ich mache einen Cut und dann, ähm, würde ich sagen, fahren wir gleich noch eine Runde. So, zweiter Versuch mit dem GB-Tiger auf Jorde. Ähm, wo ist mein Telefon? Wo ist mein Telefon? Endlich ist mein Telefon am Strom. Ähm, ich habe mir auch mal eine Panzerschokolade reingeknallt. Mit der Hoffnung, dass dann die Crew besser drauf ist. Schön mit Adi-Tafel. Und warum steigt schon wieder die Herzen? Ähm. Los geht's! Willkommen zum Beispiel. Ohhhh. Ohhhhh. Ohhhh. Ohhhhhhh. Ohhhh. Uhhhh. Ohhhh. 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 Viel zu lang. Viel zu lang der Schuss. Oh, brenn du Luder. Brenn. Brenn. Noch eine Currywurst dazu und ein bisschen Frieden. Oh Mann, das war teuer. Ich komme gleich eins auf die Fresse. Oh ja, du bist der Nächste. Oh Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Doch Schade, die Position war richtig schweinegeil, aber es war klar, dass sie irgendwann oben durchdrücken. Ich habe es ja gesehen, dass hier oben die Position schwach besetzt ist. Ich hatte aber irgendwo, Mensch, die Hoffnung, dass die von hier da abhalten können, rumzukommen. Und scheiße, war es der LBR kam denn doch? Na gut, haben wir übrigens noch eine Art hier, eine Art ist noch im Spiel. Ähm, ich würde sagen, wir haben uns ein Soll getan mit, wir haben jetzt da reingebatscht, ähm, mit 2.100 hätte noch ein bisschen mehr sein können. Hätte noch wo bei 2.5 vielleicht liegen können, vielleicht 2.7. Ähm, äh, schade. Hat zumindest den Kollegen angezündet, der, 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 das Objekt geärgert. Ähm, jo, der Schuss auf den IS-3 war viel zu lang geschossen. Vielleicht ein Stück weiter vorgehen sollen auf, auf, auf die, auf die Front. Kette repariert. Weiter geht's. Auch es war halt gut, dass der, ähm, E4, dass der Feuer gefangen hat, dass der quasi noch ein, ein, ein Schuss wert war. Oder, ähm, One-Shot-Kill-Shot war. Weil, das Ding ist, wäre für die auch eine Bedrohung gewesen, für die Heavis. War schon ganz gut, war schon ganz okay. Jetzt bitte bloß nicht versauen, Leute. Auch wenn der Schaden knapp über 2.000 liegt. Boah, ist noch ein einigermaßen gutes Spiel. Ich möchte es auch ganz, ganz, ganz gerne gewinnen. Unser Munitionslager wurde getroffen. Kette wurde getroffen. Sie werden jeden Moment reißen. Ohoah. Warten aber, Schwein. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Also, warum die nicht rumkriegen, wie gesagt, ähm, ich hab's wirklich nicht, dass die Seite gefallen ist. Ähm, ich glaub, er wird bei der, äh, M53, wird mal da gestanden, ähm, etwa überlebt. Ah, ist halt so, immer dieses kleine Problemchen, wenn die kleinen, leichten Panzer, die jagen könnten, sich einfach nicht bewegen und nicht bewegen wollen. Ähm, sondern einfach nur stumpfstur rumstehen in der Aufwand, dass da was aufgeht. Ich mach' keiner Gedanken macht um die Artis. Bestimmt auch das Risiko, dass man so ein Spiel mal verliert. Komm. Hä, vielleicht nicht. Keine Schussbahn. Jo, du schweißt nicht weg. Jo, Spiel gewonnen. Leider nur 2-1 Schaden. Aber dafür einen richtig schön angezündet. Oh, da fließt das Öl im Wasser. Ding, 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 ding. Warte, krieg' ich kein Brandstifter, oder wie es heißt? Oh, EP, Mittelfeld, Schaden auf Platz... Nein, 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 hier. Schaden auf Platz 4, aber EP nur im Mittelfeld. Das ist ein bisschen dürftig. Das ist echt ein bisschen dürftig. Oh, die scheiß Schokolade ist so schweineteuer und ich hab' keinen mehr auf Lager liegen. Ähm... Ich werd' die auch wieder raushauen. Weil 20.000 für eine Schokolade ist ja schon heftig. Und ich hab' Ich hab' wirklich keine mehr auf Lager. Kacke. Ja. Was können wir denn jetzt vor lauter Schreck noch machen? Ähm... Ich werd' hier mal ne Runde mit dem Eimau spielen. Könnt' wir echt mal machen. Also ich... Weiß' ich auch nicht mehr, wie hab' ich... Ich glaub' der Panzer hab' ich... Oder beim Angebot, keine Ahnung, wo hab' ich den noch Paket gekauft? Weiß' ich nicht mehr. Aber das ist, ähm... Das ist so ein Panzer. Einfach für mich nur da ist zum Sammeln. So oft spiel' ich ihn nicht. Und, ähm... Wirklich gefallen tut er mir auch nicht. So, das war jetzt eine Malisitätsbeleidigung. Aber, ähm... Gefallen tut er mir wirklich nicht. Gut, ähm... Ich schmeiß' ne Crew zusammen und batsch' die da mal rein. Und dann spielen wir gleich mal ne Runde mit dem Eimau. Dritter Streich mit der Lev auf Waddi. Hm... Matchmaking ist ein bisschen ekelhaft. Mal gucken, was da geht. Ähm... Ich hab' jetzt die Crew vom... Auf geht's! Ähm... Vom Schermann drinnen. Natürlich nicht ungeskillt. Oh, 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 oh. Junge, 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 Junge. Hat's da noch einen umgeschmissen? Äh, 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 äh. Nur kaputte Menschen hier. Ja. nhữnggutte Menschen hier. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Kritischer Treffer! Ich habe auch was treffen können. Oh, da ist ein Rudel, ein Rudel-Rote-Panzer. Wir haben sie böse erwischt! Hahahaha, jei! Dumm! Dumm hat's die Macht! Dumm! Voll geil, wenn man da Arty abreizt. Wir haben sie böse erwischt! Das muss wehtun! Wir haben sie böse erwischt! Wir haben sie böse erwischt! Hey! Wo fährst du hin? Das muss wehtun! Tch! Tch! Pch! Tch! 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 Naja, ist weg! Scheissärzt doch! Er hat's denn doch geschafft mit Ketten! Aber schön am T29 abgeprallt. Mhm, der wird getroffen. Hey! Das war knapp. Wir haben sie böse erwischt. Du Scheiße. 9 Punkte abgezogen. 5 Punkte abgezogen. Was warst du direkt? Oh, 10 Punkte. Wow. Wie lange soll ich da drauf schießen? Das ist jetzt die Frage. Genau deswegen. Verdammt. Fahrzeug zerstört. Das ist jetzt die Frage. Das weiß ich nicht, ne? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Das ist 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 die Frage. Schade. Schade. Wir haben noch 5 Sekunden gefehlt. Das ist doch Full AP. Schade. 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 Tschüt. Schade. Schade. Läuft ja. Läuft. Gucken, womit stehen. 617 sind gebucht. Was haben wir im Endeffekt denn da an Schaden gemacht? Ach, elegant abgeprallt hier. Oh, ne, die haben 10 Punkte gemacht. Super. 930. 930 Schaden haben wir gemacht. Ähm, vom Schaden 4 von der EP irgendwo um nirgendwo. Ähm. Ja, ich mach das Ding einfach nicht. Klar, Feuerrate und Einzelzeit ist ganz geil, aber, ähm, E29 abgeprallt. Na gut. Ich würd sagen, wir belassen es bei 3 Runden. Ähm, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.